Erde. Anfangsphase. Gabriel ist fort. Ich spüre seine Kraft nicht mehr in mir. Ich war im Thronsaal des Zauberers. Gabriel hat nicht gesprochen. Er deutete auf die Sphäre der Erde. Ich wollte ihm helfen. Ich wollte den Zirkel der Verschwörer gegen ihn vernichten, aber er hat es mir verboten. Bis zum Ende glaubte er, sein Plan könne aufgehen. Mit letzter Kraft brachte er mich durch die Sphäre der Erde tief ins Innere dieser Welt. Gabriel ist nicht mehr da. Die Verschwörer haben den Thron des Zauberers erobert. Alles war von vornherein so geplant gewesen. Ihre Operationen auf dem gesegneten Kontinent waren reine Ablenkungsmanöver, während sie langsam aber sicher Evermore unter ihre Kontrolle brachten, indem sie die Türme eroberten, die sie brauchten, um Gabriel an Macht zu übertrumpfen. Ohne Gabriel kann ich nicht nach Evermore zurückkehren. Ich kann meine Mission nicht zu Ende bringen. Ich bin dazu verdammt, in diesen Höhlen herumzuirren. Diese Erde ist mein Grab. Wenn die Kraft des Throns in den Händen des Bösen ist, kann nichts auf dieser Welt diese Schurken aufhalten. Untertitelung des ZDF lane Untertitelung des ZDF, 2020